Jo Leute, was geht? Heute präsentieren wir euch 5 Arten von Tänzern auf Festivals. Als erstes kommt der Partymuffel. 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 Jungs, jetzt kommt der Partymuffel. 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 Jetzt seht ihr den Partymuffel, wenn ein Mädchen dabei ist. Viel Spaß. Als nächstes seht ihr den Übertreiber. Wann mal, ey. heroic嗎? Partymuffel. Chao, ja. Hatte alles anders. heavy? Da, haupt! Nai tourist recih. Ja, w舉 plan. Als nächstes kommt der Stampfer. Hast du doch gesagt! Der Kartoffelstampfer. Ja, hab ich mir auch gedacht. Als nächstes kommt der Kartoffelstampfer. Und als letztes wieder die Schlammsweiche. Peaceballs! Leute, übertreibt's nicht. Kinderbund...